Auf Befehl des Präsidenten Joe Biden hat die US-Luftwaffe erneut Stützpunkte der mit dem Iran verbündeten Milizen angegriffen. Ziel seien operative Waffenlager an zwei Standorten in Syrien und einem Standort im Irak gewesen, erklärte das US-Verteidigungsministerium am Sonntag. Es handele sich um eine Reaktion auf Drohnenangriffe auf US-Ziele im Irak, die solchen Milizen zugeschrieben werden. Wie heute gezeigt, hat Präsident Joe Biden deutlich gemacht, dass er handeln wird, um US-Streitkräfte zu schützen, so die Erklärung. Berichte über Opfer und Verletzte lagen zunächst nicht vor.